So Leute, Felix ist gerade angekommen und hat mir direkt die Kamera in die Hand gedrückt. Einmal Hallo in die Runde. Was geht denn? So, kurz vorm Essen gehen. Gehen, sind wir jetzt gerade noch in der Bar, um das Geld abzugeben. Und ja, regeln alles noch mit morgen. So, was sagst du? Wollte ich was sagen, ne? Hier werden keine alkoholischen Getränke getrunken. Ohne ich. Nur Wasser und Milch. Genau. Wird geil. Das ist noch nie jemand. So, seid mal prünktlich Leute. Na, na. Hallo. Hallo. Hey. Und jetzt sind alle Leute da. Das ist noch nie jemand. Ja. 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 hebt keine Alkoholischen 텐데, die Sau nhiaischer ge fosse controversial. Falls hand gerne 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 posehen. Ich habe vergessen, mein Milchreichs zu filmen, aber der war wirklich sehr lecker. Ich bin so saaass. Na, wie war das Essen? Extrem sexuell. Oh, Baby. Ganz gut, das war sehr lecker. Selbst ich bin Autofilf besser als selber. Na? Film jetzt. Aber manche tun. Wenn das nicht immer ein guter Produkt ist. Baby, Gipse-Kamera. Noni! Wie hat es dir geschmeckt? Mega geil. Das ist so hart. Sack. Voll Sack. Sack, voll Sack. Sack so gut. Sack so gut. Dann morgen. Das sind übrigens die Taschen, die es zu gewinnen gibt auf dem Hohertreffen. Leute, sind wir hyped? Ja. Hi. Hi. Ich bin verliebt bei The Wave, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Und wir sind gerade auf dem Weg zum Viewer-Treffen und müssen jetzt unsere Bahn treten. Deswegen müssen wir uns ein bisschen spugen. Aber die Sonne scheint. Bestes Wetter. Extra für euch bestellt. So, wir sind jetzt schon eine halbe Stunde zu früh da. Lieber zu früh als zu spät. Naja, wir sind reingegangen, weil es echt kalt ist. Wir haben auch schon jemanden, darf ich dich filmen? Okay, wir haben auch, der ist der Erste. Sag hallo. Hallo. The first one. Traurig. Glücklich. Traurig. Glücklich. Traurig. Glücklich. Wir werden immer mehr Leute. Wir werden immer gut. Und wir sind jetzt auf dem Weihnachtsmarkt. Ich möchte Schmalz machen. Schmalz. Mach weiter. It's Christmas. I gave you my heart. 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 You gave me your heart. This year. Don't save me my heart. Es ist Spreken viel zu viel. Kannst du was sagen? Es ist zu kalt. Was? Oh Scheiße. Oh Gott. Und jetzt stehen wir hier und wissen nicht, was man tun soll. Es ist einfach kalt. Wir wollen alle zur Bar. Ja. So Leute. Wir haben jetzt, äh... Ja. Viertel nach 17. Ja. War eigentlich um 17 Uhr gedacht. Wir stehen jetzt hier alle. Warten in der Kälte. Regnet. Uns ist kalt. Overnies sind am Start. Es ist mega kalt. Und ja. Und... Darf ich filmen? Er macht gerade hier einen auf Softbox. Richtiger Ehrenmann. Also wir stehen jetzt hier vorne. Uns ist kalt. Und... Ja. Ja. Uh. Feli, was sagst du zu dieser Situation? Scheiße, ne? Ja. Bisschen blöd. Was sagen Assis? Ja, traurig. Was? Traurig. Es ist traurig. Es ist traurig. Und du? Hörst mal Kamera auf. Hörst mal Kamera auf. Mistigkeit. Mistigkeit. Pass mal an. Oh. Voll kalt, oder? Wuhu. Wuhu. Darf ich vorstellen? Die Legende... Oh Gott. Legende Emre. König der Türken. Ja, Mann. Möchtest du was sagen? Ähm. Oh Gott. Kamera. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und wir können rein. Yeah. Sag ich schön, dass ihr alle total reißt. Wie gesagt, werfen wir das her. Ähm. Und zwar, ich habe nicht so viele Worte an euch. Ich wollte einfach nur mal sagen, ich bin Jessi. Hallo. Grüße. Ich bin jetzt glaube ich vier oder fünf Monate mott bei den Sushi Warriors. Ich habe die kennengelernt einfach dadurch, dass ein Kumpel irgendwie geschrieben hat auf League of Legends. Ey, die machen Turniere. Ist das so gut? Geh doch mal hin, mach das. Probier mal an dein Glück. Ich bin nicht herangekommen leider. Ja, ich hätte auf die Wattestange, Alter. Ja, ich wollte einfach nur sagen, was sie schon mal am Discord geschrieben haben. Ich bin echt überweilend, dass wir auch alle hier heute sind. Und dass wir jetzt einfach hier sitzen, halt in Gemeinschaft. Und dass es kein Hate hier einfach ist. Das einfach sind alle hier. Und ich würde ganz ehrlich, ohne die beiden Mädchen da sitzen wir hier heute gar nicht, oder? Ja, also das heißt, kräftigen Applaus für Jessi und ich! Wer noch etwas sagen möchte, jetzt bitte, weil ihr wisst, ihr kennt sie beiden, ne? Die überlesen wir alles im Chef. Jetzt ist die letzte Chance. Ja, das war's. Ich hab euch alle lieb und ich bin froh, dass ich hier bin nach der kurzen Verzögerung. Ja, ja. Viel Spaß! Wuhuuu! Ich möchte jetzt erstmal hier was zu dringend holen, dann ist er bereit. Also umdoppeln! Let's go! Hallo, schöne Frau! Na, du? Oh mein Gott, das geht so weit! Nee! Wir haben den Noxa hier! Den Noxa? Hallo, ich bin Noxa! Hallo, ich bin Luxa, guckt doch hier rein! Sex schützt uns mal ein bisschen herum. Hier haben wir zum Beispiel den, was bist du, der Erik. Ich bin ein Erik. Wie heißt du auf Stream? Auf Twitch? Ich fühle es auf Segen. Ah, nice. Stimmung! Natürlich ist das nur aus, ja das ist keine echte, ne? FAKE! 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 Genau, Deko. Ja, genau. Das sind LEDs. Also ich passe das jetzt nicht an. Es ist ein bisschen warm, aber es sind LEDs. Deko. So... 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 So...